Seid gegrüßt liebe Freunde, hier spricht ND Vegan und heute mache ich eine Birnentorte, eine flache Birnentorte mit einer kleinen Schokocreme als kleine Schicht über den Teig und den Boden und dann kommen die Birnen drauf und oben noch eine Glasur. Ich fange gleich an mit einem ganz einfachen Boden, da werde ich einfach nur Mandeln und Datteln zum Teig verarbeiten. Das geht sehr schnell. Ich gebe zuerst meine Datteln in diese Küchenmaschine mit der welbenförmigen Klinge. Es gibt ja verschiedene Einsätze. Die gebe ich zuerst rein, die sind gleichmäßig mit einem Mehl an. Ein feines Mehl. Also ein grobes Mehl, sagen wir so. Und dann kommen Natteln rein, damit es ein knediger Teig wird. Das geht sehr schnell. Teil 1. Ich zeige es euch, wie das aussieht. Das ist ein ziemlich grobes Mehl noch, wie ihr seht. Das reicht auch. Und dann soll es einfach nur ein bisschen zusammenkleben. Süß wird es auch dadurch ein bisschen, aber nicht zu viel. Ich habe ungefähr, sagen wir mal, ein bis zwei Tassen Datteln genommen und so zehn, elf Mandeln genommen. Ein bis zwei Tassen Mandeln und ungefähr zehn, elf Datteln. Ha! Seht, ich hatte meine kleine Schürze an. Ein Geschenk aus Amerika. Eine amerikanische Freundin, eine Tri-Yoga-Kollegin. Die hat mir die gemacht, in Kalifornien für meine Küche gearbeitet habe. Da habe ich ein wunderbares Geschenk bekommen. Ein symbolisches Geschenk. Das ziehe ich manchmal an, wenn ich etwas mehr zu tun habe in der Küche. Also hier habe ich ein bisschen länger gebraucht dafür, bis Datteln eingearbeitet wurden. Und hier seht ihr, wenn der Teig zum Pressen ist, ja, wenn er etwas zusammenklebt, dann ist er gut. Ich ziehe hier die Form rein. Ich habe hier so eine Sprintform mit ein bisschen Backpapier ausgelegt. Den brauchen wir gleich zu machen. Da kann man nachher die Kuchenschütten ablösen. Da kommt den Teig rein. Dann kratze ich mit dem Löffel ein bisschen aus. Da war nichts zu verständen. So. dann knete ich den Teig. Lege ich erstmal den Teig gleichmäßig in die ganze Form, dass sich also, solange es noch wenig ist und sich leicht bewegen lässt, kann ich ja die Form bestimmen, die der Boden nachher haben soll. Das ist das Erste. Ich mache eine ganz sanfte Bewegung mit der Hand, um die Masse gleichmäßig zu verteilen. Und dann, wenn ich sie so habe, wie ich möchte, also, wenn der Teig, der Boden seine Form hat, anfange ich an, fester drauf zu drücken. So wie jetzt. Ja. Das ist ganz einfach eigentlich. Man muss ein bisschen Erfahrung haben. Wenn ihr jetzt zum ersten Mal gesehen oder auch zum ersten Mal ausprobieren wollt, dann werdet ihr merken, dann, ähm, es gibt ein paar Fragezeichen. Wie lang muss das Mehl eigentlich jetzt, die müssen die Gatteln jetzt, hoppla, müssen die jetzt gemahlen werden. Und es kann sein, dass die Gatteln zu lange malen. Mit dem, äh, mit dem Mehl, mit dem Müssen zusammen. Und dann gibt es nämlich eine Art Marzipan. Der Boden sehr, sehr fest. Und das wollt ihr eigentlich vermeiden. Ja, der Boden sollte schon locker sein. Wie bei einem Kuchen, den man auch backen würde. Das ist ja auch ein lockerer Boden, wenn es gibt oft, ja. Das ist ein schönes lockerer Teig. Und, ähm, so ähnliches Effekt erreichen wir, wenn wir das, wenn wir die Nüsse mit den Gatteln, ja, aber genau in der richtigen Konsistenz haben, wenn wir die gemahlen haben. So wie sie ist es eigentlich ganz gut geworden. Ich weiß noch, ob ich das erste Mal das gemacht habe, wurde das auch nicht richtig. Und ich hatte irgendwie eine Bammel davor, dass es irgendwie falsch wird. Ja, das habe ich, ähm, ich glaube, das geht die meisten, wenn man anfängt. Das ist einfach ein bisschen komisch und ungewohnt. Aber, ihr seht hier, mit ein bisschen Routine, ich habe das jetzt schon öfters gemacht, dann, ähm, hat man das im Prinzip im Gefühl. Ja. Das fängt so an, wenn der Teig in den Mixer, ja, in der Fickermaschine sich so dreht, wenn er von dieser S, von der Welle von dem Klingel, ähm, anfängt, ähm, dann gibt er solche, ähm, wie der andere macht, er so fließende Bewegungen. Dann fängt es an, so sich so, in sich zu drehen, der Teig, ja. Das erkennt ihr sofort. Dann, ähm, ist er fertig. Und dann wird er zusammen anfangen, zusammenzukriegen. So, jetzt habe ich hier kräftig aufgedrückt. Mit dem, wenn ich den Kuchen schneide, dass auch die Stücke zusammenbleiben und sie auseinanderfallen. So, seht ihr schon? Der wird ein bisschen dunkler, ein bisschen glänzender, ja. So sieht der aus. Den stelle ich zur Seite. Ja. Jetzt, zur nächsten Schicht, zur nächsten Lage, da habe ich Cashewkerne eingeweicht. Hier auch wieder so eine Menge, dass so eine ganz dünne Schicht da oben drauf kommt. Cashewkerne fülle ich in den Mixer. Und dazu kommt jetzt ein klein bisschen Wasser. Nicht zu viel, damit der Mixer damit arbeiten kann. Und ich tue jetzt gleich dazu, als es ein starker Mixer ist, wenn ihr schwachen Mixer, schwächeren Mixer habt, dann vielleicht die Nüsse zuerst mit ein bisschen Wasser mixen. Und dann hintererst Kakaopulver, was größere Menge, Vanille und Zimt. Das ist meine Geschmacksvariante hier, ja. Und natürlich auch alles andere machen. Ich finde, Birne passt sehr schön zu Kakao, zu Schokolade, wunderbare Kombination. Und deshalb, ich mache gerne Schokolade mit ein bisschen Vanille und Zimt. Finde ich passt auch gut zusammen. Wie gesagt, Geschmackssache. Mal gucken, wie es wird. Und weil ich die Nüsse von mir eingereicht habe, die Cashew-Nüsse, geht das auch ziemlich schnell. Ihr seht schon, hier, so sehen die jetzt aus. Ja, ziemlich fein zusammen gemixt. Und dazu kommt jetzt hier, jetzt könnt ihr mal anschauen, eine Konstruktion. Da habe ich eine Schale genommen und ein heißes Wasser reingemacht, das ich aus dem Wasserkocher geholt habe. Da drauf kommt so eine Metallschale, eine kleine, die passt ganz zufällig aus dem Türkenmarkt. Und da drin ist jetzt dieses Kokosnussbutter. Das sind ziemlich Kokosnuss-Mousse, ja. Genau. Also da ist noch ein bisschen Kokosnuss-Fleisch dabei. Aber dann wird es ein bisschen fester. Das gebe ich jetzt dazu, und zwar erst nachdem ich die Nüsse gemacht habe, gemixt habe. Sonst kann es sein, dass das sich nicht so leicht unterheben lässt. Ja. Das mache ich, damit das auch eine schöne Füllung nimmt. Da habe ich auch wirklich eine schöne Konsistenz. Da brauche ich auch nicht viel mixen. Die Butter war ja schon flüssig. Jetzt haben wir hier eine richtige Creme. Ich streiche ihn noch mal runter an den Seiten. Ich brauche, glaube ich, gar nicht mehr zu machen. Seht mal her. So sieht die aus. Ja. Fast wie eine Muttercreme. Könnt ihr sehen, ja. Sieht teuer aus. Ich probiere sie mal. Müsste eigentlich toll schmecken. Ja. Schmeckt lecker. Ich würde sie auch gar nicht süßer haben. Ich habe, wie gesagt, keine Datteln drin. Aber ich werde sie noch mal aufmixen. Oder vielleicht sogar ein bisschen Dattelmus rein geben. Ach ne. Ne. Entscheide mich jetzt dagegen. Ich lasse die so. Noch ein bisschen. Gucken, ob ich noch ein bisschen Wasser reinfüllen muss. Damit es ein bisschen homogener wird. Wir werden noch ein bisschen krisen. Ein bisschen wenig Wasser. Ja, das stimmt. Ich tue noch ein bisschen Wasser rein. Das ist auch bei diesem Kokosnussbutter kein Problem, weil es auf jeden Fall fest wird. Ja, das bisschen Wasser fehlt. Ja, das sieht ganz anders aus schon. Ja. So sieht's cremig aus. Das gefällt mir besser. Einmal noch. Da. Das soll die richtige Konsistenz sein. Das soll eine sehr feine Sau. Creme. So. Das sieht jetzt schon ein bisschen anders aus. Das ist viel feiner jetzt. Ja. Genau. Das kommt jetzt auf den Teig, auf den Boden. Und das ist jetzt nicht süß. Ja. Also die Cashews machen es süß. Das ist so eine Art nach Milchstorularen Art. Ja. Aber nicht so süß, weil die Birnen ja noch recht süß sind. Und oben, die Glasur, die Birnen ein bisschen abgedeckt werden sollen. So. Die sollen ja auch sehr, nicht sehr, aber doch, die sollen süß werden. Da habe ich eben Birnsaft vorbereitet. Das zeig ich euch gleich. So. Müssen wir den Löffel nochmal reingeben. Um mir die Eskelchen, die Eskelchen Creme rauszuholen. Das ist ein bisschen feines, feines Schokoladenmus. Aber sehr, sehr, sehr mildes. Wir machen den Kuchen nämlich heute für eine kleine Party. Wir haben Gäste, ich habe Gäste, kommen mit den Yoga-Freunden. Sonntags morgens machen wir regelmäßig einen Open Sunday Yoga Flow. So. Dann nennen wir das. Und dann üben wir gemeinsam T-Yoga. Und nachher sitzen wir ein bisschen zusammen beim Play-Yoga. Play-Yoga ist aus der indischen Tradition der vedischen Philosophie. Da gibt es ja die Überzeugung, dass die Welt, die sinnliche wahrnehmbare Welt, eine Illusion ist. Dass wir die selber in unserem Geist erzeugen. Und das einzig wirkliche, reale, im engeren Sinne reale, nur das ist, was nicht sinnlich wahrnehmbar ist, weil alles sinnlich wahrnehmbar aus Materie besteht, und alles, was aus Materie versteht, vergänglich ist. Das ist logisch. Wir wissen, dass es so ist. Wir wissen, dass alle Materie vergänglich ist. Zumindest das, was daraus besteht. Also in unserem Körper zum Beispiel. Insofern kann man das jetzt nicht widerlegen. Ja. Es macht schon Sinn. Die Frage ist halt für unsere westliche Wissenschaft, was bringt uns diese Erkenntnis oder dieses System? Was bringt uns das? Ja. In der westlichen Wissenschaft haben wir uns von diesen nicht wahrnehmbaren Dingen, und die Helden-Dingen ein wenig distanziert, durchaus aus Dokles, aber nicht desto weniger. In der indischen Wissenschaft hat es so eine Bedeutung. Und wir haben ja ein bisschen ja auch, jünger ist ein bisschen was Isotherisches, wo man nicht an Dinge glaubt, die man nicht unbedingt sehen kann und wahrnehmen kann, mit dem äußeren Sinn. Ja. Jedenfalls das Lila, das Spiel, das versteht alles, was wir tun, in der wilden Materie ist das Lila. Das Spiel sozusagen. Auf Indisch. Und jetzt ist mein Bedeutung fertig. Schaut mal. Er muss auch nicht sehr gleichmäßig sein. Also die erste Füllung ist fertig. Meine Schokoladencreme. Ich stehe dich auch zur Seite und mache mich gleich in den nächsten Schritt die Birnen, die habe ich schon gewaschen, zu schälen und vorzubereiten, um die aufzulegen. Ich habe hier einen Birnen-Schäler. Ich erzähle euch gleich weiter von Nila. Schäle einfach die Birnen, weil die Schale der Birne ist etwas bitter. Und wenn ich sie jetzt mit einem Schmusi verarbeite, mit einem Birnensaft oder die Birne so esse, lasse ich sie natürlich dran. Aber eine Kuchentorte, die sehr fein ist, würde dieser Geschmack stören. So zumindestens gehe ich jetzt mal vor. Man kann die auch nicht so gut schneiden, wenn man nachher die Stücke schneidet. Ein Apfelkuchen ist genau das gleiche. Und die Schale dran lässt dann Apfelkuchen, ein Apfelstückchen. Dann hat man immer Probleme, den Kuchen zu schneiden. Ich finde das nicht so angenehm. Ich habe öfter versucht, einen Apfelkuchen zu machen. Ich habe noch ganz gute rausgekommen. Ich muss noch ein bisschen tricksen. Aber die Schale hat mich dann immer gestört. Obwohl ich ein großer Fan der Schale bin eigentlich. So sieht eine Birne aus. Wenn ich sie geschnitten habe, dann nehme ich jetzt ein großes Wasser dazu. Ich schneide sie einmal in der Hälfte. Ich schneide so Scheiben ab. Eine Scheibe. Die müssen nicht so dick sein. Die sollen aber schön gleichmäßig sein. Denn das soll eine Birnenschicht werden. Und diese Kerne hier drin, die seht ihr hier. Das Kerngehäuse, wenn Sie sehen, das nehme ich raus. Das möchte ich auch nicht drin haben. Das ist ein kleines Küchenmesser. Ich schneide einfach mal die Kerne raus. So. Ein paar Sachen, die noch ein bisschen stören, werden auch abgemacht. Und so sieht jetzt so eine Birne aus. Wenn ich sie da reinlege. Ich werde sie nur noch einmal halbieren. Zack. Und so kann ich sie dann sehr schön auf den Teig anordnen. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Ja. So fände ich das vor. Ich lege die einfach so in die Mitte. Von außen in die Mitte. Und so lege ich jetzt die anderen Birnen drumherum. Ich habe sie einmal vorgemacht. Ich mache es jetzt zu Ende. Zeige es euch und komme dann zurück. Also ich komme dann zurück und zeige es euch. Bis gleich. So. So sieht der Kuchen aus mit der Lage Birnen. Also wir müssen jetzt nicht besonders regelmäßig drauf sein. Wir möchten nur, dass alles gleichmäßig bedeckt ist. Eine schöne dicke Birneschicht. Die Birnen sind ja schön weich. Ich stelle es kurz zur Seite. Als drittes habe ich eine Glasur vorbereitet. Aus Birnensaft. Da habe ich selbst gepressten Birnensaft. Der ist ein bisschen braun. Das ist normal. Da ist ein bisschen Zitrone drin. Der kommt in eine kleine Schüssel. Ich habe eine kleine Schüssel. Darin werde ich die Glasur schlagen. Ja, ich habe ja eine kleine Schneewege in den Chef bekommen. Zu Weihnachten. Was ganz tolles. Ja. Ich könnte sogar meine Schüssel dazu nehmen, die ich bekommen habe. Diese Schüssel. Extra für den Schneewesen. Das mache ich jetzt mal. Aber ich brauche sowieso nicht alles von dem Saft. Weil ich denke mir, eine kleine Schicht reicht. Und die Birnen so eben zu bedecken. Dazu kommt Kokosnussöl. Das ich auch im Wasserbad wie gerade flüssig gemacht habe. Bevor ich das rein tue, kommt noch Dattelmus rein. Ja. Ich werde den Dattelmus gemacht. Das habe ich im Kühlschrank noch gehabt. Das hält sich drei, vier Tage im Kühlschrank, bevor es sauer wird. Dann hat man fermentiertes Dattelmus. Und ein bisschen Vanille. Ihr seht. Ich glaube, das passt auch sehr gut zur Schokolade und zur Birne. Auch rein. Sorry. Das ist roh damit. Das werde ich jetzt mal mixen. Ein bisschen verrühen. Ich brauche ja nur so viel, dass die Birnen gerade bedeckt sind. Das ist mit dem Schneewesen natürlich einfacher als mit der Gabel. Wenn ich so einen schönen Schneewesen bekommen habe. Der ist auch ganz leise. Der hat diese Kunststoff Stäbe. Was soll ich das heißen und wie ich es so nennen soll? Das heißt also, er ist ganz leise. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Das hat die Frau meines Bruders geschickt. Das ist sehr schön. Jetzt wird eine sehr schöne dunkle Farbe. Ich habe einen Birnsaft. Und ich gucke, wie es aussieht. Hier sieht es toll aus. Diese dunkle Vanillefarbe mit der Birne. Sehr schön. Dazu kommt jetzt noch das Kokosnussfett. Damit es auch ein bisschen Glasur wird, die fest wird. Und wenn es nicht so fest wird. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchen Linie ich nehmen muss. Ist nicht so schön. Denn oben auf dem Kuchen kann es ruhig ein bisschen weicher sein. Das ist ja in den Kühlschrank gestellt. Zum Abkühlen wird es fest. Und wenn oben noch ein bisschen weicher ist. Ist gar nicht schön. Es ist so was wie die Soße. Wie die Soße. Das kann man auf dem Kuchen auch sehr schön machen. Ich probiere es nochmal eben. Es müsste eigentlich toll schmecken. Ich liebe Birnsaft. Oh ja. Ganz köstlich. So sieht es aus. Ich gebe es mal lieber. Über meinen Kuchen. Gucken wir, ob es reicht. Gut gleichmäßig verteilen. Ja, das sieht sehr schön aus. Das gefällt mir. Die Birnen bleiben noch ein bisschen zu sehen. Ich muss alle Birnen bedecken. Zumindest. Dass die was abkriegen. Wenn einer oben durch guckt. Ein bisschen. Das macht nichts. Kann ich sogar noch ein bisschen verteilen. Ja, wenn ich so gut hergehe. So. So. Wiederum, dass die Birnen ein bisschen geschützt sind. Dass die nicht so einfach an der Luft sind. Und dann braun und hässlich werden. Und mit dieser Glasur finde ich. Hat eine sehr schöne. Seht ihr wie sie aussieht? Toll, ne? Meine Weben-Torte für heute. Meine Freunde. Gleich kommen meine Freunde und Freundinnen. Und dann möchte ich fertig sein. Verabschiede ich jetzt von euch. Und sage noch einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr meinen Kanal abonnieren wollt. Und wenn mich sehr freuen. Dann kriegt ihr nämlich jeden Tag ein neues Rezept. Wie zum Beispiel dieses hier. Bis bald.